Die Schweiz ist unglaublich schön, sicher, wohlhabend und langweilig. Das denken zumindest viele. Aber vielleicht ist sie ja genau deswegen so sicher und reich, weil sie eben so langweilig ist. Genau das haben wir zwei uns gefragt und ja, jetzt sind wir da. Wir sind gerade schwer beschäftigt an der Produktion der ersten Staffel von PAX. Es gibt sicher viele Gründe, warum die Schweiz so ist, wie sie ist. Aber langweilig gehört in unseren Augen definitiv nicht dazu. Um 13.36 Uhr stürzt die Swissair Coronado in einen Wald bei Böhrenlängen. Im Versuchsreaktor von Lusson ist ein Brennstab geschmutzt. Die Reaktorkaverne ist radioaktiv verseucht. Die Schweizer Atomforschung ist angeschlagen. Die Schweizer Elektrowirtschaft passt sich rasch an. Sie wurden aus nichtigen Gründen eingesperrt, administrativ versorgt. Per Fax trifft bei den Medien eine Pressemitteilung ein. Die Swissair stellen den Flugbetrieb sofort. So können die Bürger über eine Veränderung der Verfassung abstimmen, wenn ein entsprechender Vorschlag von 100'000 Bürgern unterschrieben wird. Das ist die sogenannte Volksinitiative. Um mich zu verpassen, abonniere uns doch auf allen Kanälen. Anfang 2020 ist es soweit die erste Staffel von Pax. 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 Pax.